Ich bin Simon, arbeite normalerweise als Planungsingenieur für die Energiewende, aber heute werde ich dieses Bundesligaspiel stören. Wir sind alle in einem Jahrtausendspiel und stehen kurz vor dem Schlussbrief und wir sind drei Tore im Rückstand. Verlieren wir dieses Spiel, fallen wir nicht auf einer Tabelle zurück, sondern nur schreiten Kipppunkte, die das Überleben in vielen Regionen und für viele Menschen unmöglich macht. Wir sind die letzte Generation, die dieses Spiel noch drehen kann. Ich habe Angst, gleich im Stadion das Spiel zu stören, das viele sehen wollen. Trotzdem muss ich auf die kriminelle Untätigkeit unserer Regierung aufmerksam machen. Mir wäre es auch lieber, wir würden gemeinsam unbestört dieses Spiel sehen, aber die wissenschaftlichen Fakten und die Lage unserer Erde zwingt mich dazu, Widerstand zu leisten. Die letzte Generation wird auf die Straßen Frankfurts gehen und Kupp aufbauen, um zu fordern, keine neuen Investitionen für fossile Infrastruktur wie Öl, Kohle und Gas. Hört euch unseren Vortrag an. Die Termine findet ihr auf www.letztergeneration.de Wir können den fossilen Wahnsinn beenden. Wir müssen diese Verantwortungslosigkeit unserer Regierung nicht hinnehmen.